Das bringt der Tag. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Wir leben in Zeiten des Übergangs. Wir wären vielleicht von selbst darauf gekommen, aber wir sind dankbar, dass der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour noch einmal explizit darauf hingewiesen hat. Im ARD-Sommerinterview am Sonntag bezeichnete er die abnippelnde Ampelregierung als Übergangskoalition. Deshalb werden wir einfach feststellen müssen, diese Koalition ist eine Übergangskoalition. Dass Vorsitzende von Regierungsparteien die Endlichkeit ihres Tuns öffentlich einräumen, ist ungewöhnlich. Etwas später schien Nouripour vor der Wucht seiner eigenen Formulierung zurückzuzucken. Diese Übergangsregierung, hätte ich jetzt fast gesagt, aber diese Regierungskonstellation als Übergang für die Zeit nach Merkel war notwendig. Wie eine Regierung, die sich jetzt schon selbsthistorisiert, noch ein Jahr lang weiterwurschteln soll, dürfte interessant werden. Fleißige Putin-Fluencerinnen wie Sarah Wagenknecht und die AfD werden sich bedanken. An dieser Stelle gestehen wir, dass wir gegen den Trend einen Hauch Empathie für Christian Lindner hegen. Der Mann hat es nicht leicht. Aus unserer eigenen Haushaltsplanung kennen wir das Problem, dass selbst nach hartnäckigster Rechnerei am Ende des Tages noch irgendwas zwischen 1200 und 12 Milliarden Euro fehlen. Aber jedes einzelne Haushaltsmitglied bekommt sofort einen hysterischen Schreikrampf, wenn man in deren Fründen minimal kürzen will. Auch wir nutzen dann gerne den Trick, effektiv nicht vorhandene Kohle als globale Minderausgabe zu deklarieren und setzen darauf, dass das Geld irgendwie schon von alleine wieder auftaucht. Wir wissen allerdings auch aus Erfahrung, das klappt nie. Wir hätten in solchen Lagen gerne die Chuzpe des Wirtschaftsministers Robert Habeck. Dann würden wir unserem Bankberater am Ende des Dispos auch rotzig trotzen. Der Bundeshaushalt ist 450 Milliarden groß, grob gesprochen. Da wird man drei Milliarden schon noch finden können. Aber wir haben sie halt jetzt nicht gefunden. Das ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist halt so. Schade ist der Schlamassel vor allem für die Ukraine, die nun endlich weiß, wie viel ein Kanzlerwort zählt. Deutschland werde sie unterstützen, solange es nötig ist. Das war ein Übergangsversprechen. Am Mittwoch trat Manuel Neuer aus der Fußballnationalmannschaft zurück. Solange wir uns erinnern können, und das ist neuerdings nicht mehr so lange, stand Manuel Neuer im Tor und hielt unmögliche Bälle. Neuer! Neuer! Manuel Neuer! Neuer! Neuer hält die Ball! Also meistens jedenfalls. Wir hatten uns so sehr daran gewöhnt, dass wir davon ausgingen, das würde wenigstens bis zur WM 2044 in Nordkorea so bleiben. Neuer wäre dann 60 Jahre alt und somit im besten Torwartalter. Denn obwohl er jetzt schon ein alter Sack ist, ist er immer noch 15 Jahre jünger als wir. Und wir treten schließlich auch noch nicht einfach so zurück und erklären lapidar, Ja, irgendwann musste der Tag ja kommen. Wir warten wie alle anderen darauf, dass uns jemand irgendwann überraschend unseren Rücktritt erklärt. Vielleicht drehen wir da noch so ein Abschiedsvideo, wie das Fußballer neuerdings immer machen. Die sind dann meist so sehr gerührt von sich selbst, dass sie anfangen zu schluchzen, wie Christoph Kramer neulich. Das Ding hier war mein Leben. Fußballer-Abschiedsvideos sind ein schönes neues Format. Damit hat man in der Sommerpause wenigstens was zu glotzen. Etwas skeptisch sind wir bei dem Urteil, Manuel Neuer habe das Torwartspiel neu erfunden. Als Beweis ziehen Experten das Algerienspiel von der WM 2014 heran, bei dem Neuer zwei Dutzend Mal Bälle außerhalb des Strafraums wegbolzte. Möglicherweise haben in dem Spiel aber Peer Eistonne Mertesacker und Jérôme Jézon Boateng einfach die Abwehrarbeit neu erfunden, indem sie diese nämlich einstellten. In den folgenden zehn Jahren spielten deutsche Abwehren dieses Modell dann regelmäßig nach. Sei es drum. Wer sich richtig über Neuers Rücktritt freut, ist Marc-André Tastegen. Der ist jetzt 32 und wird endlich Übergangstorwart. In der Welt am Sonntag lesen Sie diese Woche Kevin Kolinas Porträt über Christian Laie, den Mann, der im Schatten von Sarah Wagenknecht das BSW aufbaut. Und unseren großen Wirtschaftsreport, warum der Standort Deutschland immer teurer wird. Am Montag erwartet Sie hier bei Das bringt der Tag meine Kollegin Imke Rabiga. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.